so jetzt wollen wir mal weiter gucken schon mal zauber vorbereiten aus der nische hier sind die gegner rauskommen haben uns hinterhältig angegriffen jetzt sollen wir erst einmal hier weiter wir zur fluchtmöglichkeit brauchen da müssen wir gucken wie wir die wand hier noch aufkriegen wahrscheinlich weil hier müsste ja glaube ich ein gesicht gewesen sein ach so genau hier ist ein gesicht das schießt dann wohl in die richtung und trifft einen empfänger da hinten aber jetzt gucken wir erst einmal dass wir mit dem runden schlüssel wo ist das schlüssel doch das hier öffnen und auch noch mehr treten so schlucht mal die nur ist nicht so schlimm sagen wir vor ihm flüchten können können wir jetzt nicht mehr weiter der pilzer zu dem weg kommt und so ein wildes fliegekrieg okay die nur ist immer noch vor uns und versuchen wir jetzt so lange auf ihn einzuhacken bis er stirbt sie kann einen energietrank trinken davon haben wir ja genug so jetzt müsste da nur noch ein pilz und eine schnecke sein so pilz ist weg und da ist die schnecke wenigstens haben wir es geschafft die einzufrieren so wer hat hunger wer hat hunger so fackel ist ausgegangen ersatzfackel in die hand heilkraut soll jetzt müssen wir mal gucken nein nein jetzt müssen wir gucken wie wir die wand aufkriegen genau diese hier vielleicht von da an wirklich von der anderen seite hier sind solche hübschen zeichnungen wie ein mönch ein riesengroßes monster auffällt solche zeichnungen hatten wir übrigens oben schon im etage 9 als wir den tempel betreten haben die habe ich euch noch gar nicht gezeigt aber ich sehe keinen knopf das gibt es doch nicht hallo knopf wo steckst du jetzt habe ich langsam das gefühl dass wir zu weit weg sind von der wand die wir da öffnen müssen genau die da bei dem wird das sicherlich nicht öffnen nein hier hat sich kein knopf versteckt kein knopf kein knopf kein knopf da ist das schlüssel doch kein knopf kein knopf nein auch keiner auch keiner da ist der empfänger nein da ist ein knopf der war ja gemein versteckt aber gut aber gut so jetzt müssen wir das mit dem komm ich will dich aufheben müssen wir das hier hinkriegen das schießt jetzt da lang und das war zu langsam ok der schießt jetzt wieder da lang das war zu früh ok das geht da immer ums karrier rum und das ist das ding zum inneren sanktum offen aber bevor wir da weiter gehen ich kenne nämlich die ecke kommen wir uns kurz mal aus er braucht nämlich dringend wieder lebenspunkte und sie braucht mana oder energie so das dürfte reichen das drücken wir hier drauf das fangen wir an die türen auf zu gehen und als nächstes gehen die wände auf und setzen ein unheimliches leuchten frei dass die obersten wächter dieses dungeons freigibt ja hier ein danke level up genau euch kann man doch auch einfrieren während ihr euer schild an habt die haben nämlich ein schutzschild was nur eine ganze Menge an schlägen oder schaden aussieht ich weiß es nicht genau wie es nochmal war aber sobald das schutzschild schützschild weg ist und ich höre jede Menge krabbelviecher sobald das schutzschild weg ist sind sie keine wirklich ernstzunehmende Gefahr mehr beziehungsweise da kann man sie leicht töten hier höre ich einen Haufen Schnecken oder so rumschleimen das hier ist übrigens eine Falle die uns vergiftet aber bevor wir jetzt weiter gehen kurz level up machen er kriegt maces sie kriegt eismagie so gut jetzt gucken wir erst einmal hier rein hier sind irgendwelche bolzen auf dem Boden ansonsten ist hier wirklich nichts moment moment tatsächlich ein geheimgang ein blanker Schlüssel und zwei frostbomben und ein schwefelhaltige potion was steht hier der drache der drache wacht außerhalb des inneren sanktum eingangs der innere sanktum eingang ist hier und außerhalb wacht der drache ist damit gemeint dass das hier wie ein drache aussehen soll kann kann gut möglich sein so jetzt haben wir aber den Schlüssel wofür auch der immer gut sein soll hier haben wir noch ein raum mit essen nichts wurfexten und ich glaube hier brauchen wir die Schlüssel und auf den knopf drücke ich noch nicht denn der knopf macht hier den teleporter an und beschwört noch mehr von denen du bist perfekt festgebrochen bist du noch mal fest? ja oder im hals konnten wir nie viel ausweichen so und ein level up für Predo hier und eine chitin Brustplatte für sie hier und sie kann das Lurker Teil bekommen so ist irgendwie komisch dass die chitin Sachen alle doppelt sind was fehlt ihm eigentlich noch? noch Helm, Brust und Handschuhe oh ihm fehlt auch noch einiges aber jetzt erstmal kurz Brennerius level up jetzt kann er die 3 point technik was auch immer das ist es klingt böse aber ich will mal kurz was gucken und zwar Statistiken hey und fehlen nur 25 Secrets wir haben also ziemlich so ziemlich an ziemlich viel gefunden so jetzt aber das hier drücken und kurz Giovanni Moe machen denn wie ich jetzt gehofft habe hier ist ein blauer Kristall Feuerpfeil und eine von Torumsnotizen mal wieder ok ich habe ähnliche Kristalle in den Tempel von Nex gesehen aber im Vergleich zu diesen großen Formationen waren sie verwittert und ohne Leben diese Kristalle haben vielleicht nicht die nötige Kraft in ihnen um einen gefallenen Freund zum Leben zurück zu bringen ich frage mich wie oft ich den Tod noch austricksen kann Torum und ja wir haben den Tod ja auch schon oft ausgetrickst Aua jetzt kriegen wir volle Breitseite von diesem Ranty lass uns auf die Karte kreifchen zu das hier dazu zurück hatten wir jetzt gerade ein Autosave das war richtig blöd und wieder weg das war nicht so gut gelaufen und das läuft jetzt noch schlechter und wieder sterben wir ich will die 3 aber da töten also schön weil die geben viel Erfahrungspunkte und ich brauche ihnen da jedes bisschen an Erfahrung Aua erst einmal hier hin zurück ziehen und dann gucken dass wir nur ein hier rein machen vielleicht da hat sie sein Shit verabschiedet dass sie seine Animation hat ist mir auch neu so Nummer 1 ist weg da haben wir Nummer 2 da haben wir Nummer 2 auch schon vor dem Schild und ja wie ich sagte die geben einen Haufen Erfahrungspunkte und davon können wir jedes bisschen gebrauchen eingefroren ich würde gerne mal die 3 Finger Technik oder wie hieß die nochmal die 3 Punkte Technik sehen so Assassination hat sie hoch genug jetzt geht es wieder ab in Deckers damit sie mehr Schaden macht hier ist es jetzt Decker so aber soweit ich das sehe wenn ich hier schon mal los hier geht es schon weiter runter aber oh erst einmal liegt hier eine neue Notiz von Lot Pervel also ja was ich kurz zeigen wollte hier geht es eigentlich runter aber hier um weiter zu kommen ins Gefängnis was mittlerweile ziemlich steampunk mäßig aussieht oder so seien es schon eher ein bisschen moderner brauchen wir einen Schlüssel und ja zu dieser Ebene gibt es auch eine Schriftrolle hier steht dieses diese Ebene ist versiegelt okay sonst der Satz da unten ist neu sonst stand hier nur wirklich diese Ebene ist versiegelt die Wächter sollen den Weg verschlossen den Weg bewachen solange die Zahnräder bis die Zahnräder sich nicht mehr bewegen naja okay und hier haben wir noch eine Pervel Notiz die lese ich aber erst beim nächsten Mal ich speichere hier erstmal wieder bis gleich bis gleich Bis zum nächsten Mal